Oh Gott! Ist das legal auf dem Kanal, oder wie jetzt? Och Mensch, das wird aber jetzt auch schon ganz schön hot hier. Da muss ich jetzt mal genauer hingucken. Dann knutschen die jetzt, oder? Ich seh das hier nicht. Mit dem Gegenlicht hier. Oh mein Gott! Ist das überhaupt jugendfrei? Ja, was macht Senorita so schwierig? Senorita, wie ich das auch gerade gesagt hab, so richtig schön deutsch. Senorita. Ähm, was macht Senorita? Oh, das war noch schlimmer. Oh Gott, hören wir ab. Okay, was macht den Song so schwierig? Der ist nämlich genau in der Mitte, bei den meisten für den Übergang. Also meine Schülerinnen kämpfen wirklich völlig damit, weil sie sonst in die Kopfstimme reinrutschen. Das möchten sie nicht so gerne, aber der ist genau da in der Mitte, bei dem Übergang. Und das macht den Song so richtig, ach, anstrengend für viele, weil sie dann genau kurz vorm Bruch eigentlich schon noch rumbalancieren, rumsingen. Und damit sie nicht in die Kopfstimme singen, ja, arbeiten sie sehr hart. So, meine Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns mal Shawn Mendes und Camila Cabello an. Perform Senorita oder Senorita oder Senorita oder Senorita. Daumen hoch, nicht vergessen, Abonnement. Es sind 90% von euch, die jetzt gerade zuschauen und nicht abonnieren. Und das ist echt schade, weil ihr unterstützt ja nicht nur mich, sondern auch meine ganzen Schüler. Die sind nämlich auch hier auf dem Kanal vertreten und die freuen sich immer sehr, wenn ihr deren Videos guckt. Und ja, daumen hoch. So. The Queen is back. Er ist natürlich schon so ein Hottie, ne? Muss man auch mal sagen. Also nicht, dass wir jetzt hier Sänger sexualisieren auf meinem Kanal, aber er sieht schon gar nicht schlecht aus. Sie ist auch gut. Es ist schon ziemlich hot hier. Okay, jetzt muss ich aber mal hier, puh, ich muss mal die Aircon anmachen hier bei mir im Studio, weil das wird hier schon ziemlich heiß. Aber was ich mal sagen will, ist, wer sie mal in anderen Videos gesehen hat, hab ich. Die ist live gar nicht schlecht, die Camila. Das ist heute erst richtig der deutsche Woman drin. Sie ist wirklich gar nicht schlecht. Sie hat das jetzt hier in so einem Mix gesungen zwischen luftig mit einem guten Stimmenverschluss und Stimmenansatz mitunter auch. Ganz, ganz toll gerifft auch am Ende, luftig rausgerifft. Also das ist nicht schlecht. Sie ist da auf jeden Fall, ich finde von Performance zu Performance steigert sie sich auch. Und sie hat auf jeden Fall auch diesen gewissen Sexappeal, den man natürlich auch in der Musikbranche mitunter braucht, ne? Aber ja, lass uns immer weiter schauen. Schön auch mit der Akustik. Schöne Kopfstimme auch. Auch sehr luftig, wuckelfrei. Ja, ich muss ja mal ganz kurz Stop machen. Also natürlich ist ja viel zu jung für mich, ne? Aber man kann ja trotzdem mal so ein bisschen gucken und sagen, hm, nicht schlecht. Spaß beiseite auf jeden Fall. Ähm, ja. Also diese Konstellation natürlich marketingmäßig ist auch gar nicht schlecht. Die sind ja tatsächlich zusammen. Nur mal kurz so random facts. Aber überhaupt, also marketingmäßig diese Konstellation dazu machen, das war schon auch ganz smart. Ganz schön finde ich jetzt hier diese Gitarre. Ihr habt auch gesehen, er wechselt auch zwischen, auch luftig, vocal fry. vocal fry und dann vocal closures Stimmansatz, ah, 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 ah. I love it when you call me. Das war durchgesungen. Call me. I love it when you call me. Senorita. Das war jetzt sehr lustig ausgesungen mit einem ganz hohen Kehlkopf von mir. Ich mach's mal nicht mit einem hohen Kehlkopf. Und sie ist natürlich ein bisschen weiter oben, weil sie in dem höheren Register sitzt und sich da auch sehr wohl fühlt. Also die ist deutlich ein Mezzo, also definitiv. Boah, die ist so hoch. Lä 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 lä. Der hat natürlich auch noch eine sehr schöne Stimme der Sonne. Das war jetzt sehr kinky. Ja, ihr seht ja auch, dass sie halt verschiedene Akzente auch benutzt, ne? Lä lä lä. Das macht zum Beispiel Shirin David auch, dass sie halt in, so wie sie singt, verschiedene stilistische Formen benutzt. So, das kann man ja beim Singen. Also mal ganz ehrlich, Leute, was darüber reden wir eigentlich? Wir reden darüber, dass Sänger in der Lage sein sollten, verschiedene stilistische Formen anzunehmen. Deswegen gibt's ja diesen Kanal hier auch, ne? Oder anderen Kommentaren, die dann sagen, ja, aber das ist ja alles im Studio gemacht. Ne, ja klar, das ist alles mitunter im Studio gemacht. Aber sie singt im Studio ein mit verschiedenen stilistischen Formen. Das heißt, da manipuliert sie mal den Kehlkopf. Da macht sie mal ein bisschen mehr Vibrato. Da macht sie mal ein Crescendo, Decrescendo. Da benutzt sie einen anderen Vokal, um das auszusingen. Da singt sie in Kopfstimme. Verstehst du das noch? Auch Millionen von Sachen, die du benutzen kannst. Wie können denn Leute sagen, das ist ja, dass das gar nicht so wäre, dass sie technisch arbeiten würde. Sondern, also wisst ihr ein bisschen, was ich meine? Oh Gott! Ist das legal auf dem Kanal oder wie jetzt? Ich mag den Song auch. Meine Schüler haben den so oft gesungen, jetzt gibt's nicht. Ja. Schöne Harmonie, da. Schöne Harmonie, da. Was ist das hier? Mann, Mann, Mann. Wir müssen hier jetzt mal genauer hingucken. Tolle AdLibs. Tolle AdLibs. Tolle AdLibs. Oh Mann. Wir knutschen jetzt, oder? Ich seh das hier nicht. Mit dem Gegenlicht hier. Oh mein Gott. Ist das überhaupt jugendfrei? Oh mein Gott. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Okay, gut. Sonst hätte ich das rausschneiden müssen. Ist doch klar. Also geknutsche können wir auf dem Kanal nicht haben. Leute, ich hätte das rausschneiden müssen sonst. Und dann wäre das Video gesperrt. Dann hätte man das nicht monetarisieren können. Man kann ja sowieso hier gar kein Video monetarisieren. Aber das schon mal gar nicht. Also, Herr im Himmel, ey. Ich finde es immer total komisch, wenn die junge Leute, die jünger sind als ich, irgendwie so, wenn die dann so rumknutschen und ich bin einfach nicht diese Katja Krasavitsch-Generation, die ist einfach viel mehr diese Generation, also die Jüngeren, sag ich jetzt mal, ich bin ja 30, die sind so ein bisschen mehr abgestumpfter zum Thema Sexualität durch halt YouTube und so Katja Krasavitsch und ich kenn's halt eben nicht, weil in den 90ern gab's ja sowas alles gar nicht, gab's ja gar kein YouTube und so und dann gab's keine Handys und wie, blau blau. Daher, wenn ich dann solche sexy Performances sehe, dann denk ich immer so, hm, ob das jetzt jugendfrei ist gerade, aber wahrscheinlich denkt ihr auch so, ey, Mensch, Tranja, komm, komm mal runter hier jetzt, du spinnst. Ja, also ich hab jetzt versucht, so ein paar Merkmale rauszufiltern. Natürlich kann man unendlich viel sagen. Ihr habt auch gesehen, ich hatte da jetzt noch eine Harmonie hinzugefügt, die sie sowieso schon benutzt. Das Gute an dem Song ist, dass man dort eben Harmonien einbauen kann. Das heißt, man hat halt einmal seine tiefe Stimme, man hat dann ihre Stimme und dann kann man trotzdem aber noch Harmonien einbauen. Rein theoretisch. Daumen hoch, Abonnement, ich bin auch auf Instagram und bitte schaut doch jetzt die nachfolgenden Videos das wird mich unendlich glücklich machen. Da ist so viel Liebe, so viel Arbeit dahinter und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ich hoffe, dass die Video bei Ihnen fallen jetzt so. Schluss, aus. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.